Cheers! Willkommen zu einer neuen Folge Random Sherlock. Seid ihr auch manchmal verspielt? Ja, dann ist das heute hier wohl das richtige Video. Heute präsentiere ich euch Sherlock Holmes Spielkarten. Warum nicht? Ich zeige euch jetzt hier etwas und erschreckt nicht gleich. Ja, man sieht ein bisschen hier den Green Screen dadurch. Aber das ist ein bisschen grün. Ja, da geht es jetzt hier nicht einfacher und nicht besser. Wir werden uns hoffentlich daran gewöhnen. Also, Sherlock Holmes Spielkarten. Hier, 16,90 Euro war der Preis, den ich dafür, nein, so rum, den ich dafür hier bezahlt habe. Kriegt das hier in scharf. Spielekarten mit Holmes, Watson und anderen berühmten Figuren aus Conan Doyles Welt. In Booklet erfährst du mehr über die Weggefährtinnen, Klientinnen und Widersacherinnen des Meisterdetektivs. Ja, schauen wir rein. 16,90 Euro. Da war ich doch schon mal neugierig. Hier ein paar schöne Fußspuren, die man hier sieht. Das ist das Booklet. Ich habe noch nicht reingeschaut. Ja, ich schaue jetzt wie ihr zum allerersten Mal da rein. Ich habe es mir heute gekauft, ist noch original verschlossen. Wir schauen gerade, hier geht es über Sherlock Holmes. Dann hier, ich mag das ja auch immer, wenn das hier mit so schönen Comicfiguren hier versehen ist. Wen haben wir? Sherlock Holmes, Dr. Watson, Mrs. Hudson, die Baker Street Spezialeinheit. So kann man es reibersetzen. Hier selber, 221 B, Baker Street, Mary Morstan, Billy, der Deerstalker kommt hier vor. Eine Lupe, eine Geige, ein Hanson Cap, eine Pfeife. Dann haben wir. Was ist denn ein Gasogene und Tantalus? Lesen wir doch mal. Obgleich nur beiläufig erwähnt, spielt der Gasogene eine Apparatur zur Herstellung von Sprudelwasser, mit dem der Brandy, dem Watson häufig den Klientinnen anbietet. Gemischt wurde eine wichtige Rolle in der Baker Street. Der Tantalus, ein Tragegestell für Flaschen und Karaffen. Ja, juck die Nase da. Wird zwar in der Schwarze Peter 1904 andernorts beschrieben, allerdings erfährt man in einem Skandal in Böhmen von einem Likörschränkchen in der Ecke des Wohnzimmers. Also, ich habe es doch ganz sicher falsch ausgesprochen, aber kommt auch vor. Dann haben wir die Bösewichte beschrieben. Professor James Moriarty, Colonel Sebastian Moran, Irene Adler, Dr. Grimsby, der Reichenbach-Fall kommt vor, Jack Stapleton kommt vor, Boss McGinty, John Clay, von Borg, Milvertons Safe, Schlachterbeil, Elfenbeindose, ein Holzbein haben wir hier. Ist das nicht schön? Und Rätsel, der Hund der Baskervilles. Schön, dass hier auch steht, der Hund der Baskervilles. Das gefällt mir und nicht der Hund von Baskerville. Javez Wilson, Violet Smith, Neville St. Clair, Baskerville Hall, Reginald Musgrave, Percy Phelps, Violet Hunter. Eine Schlange. Stichwort gesprengt wie das Band. Silberstern. Schön, den hatten wir auch schon. Die tote Gans hatten wir auch schon. Eine Harpune kommt vor. Eine Kralle kommt vor. Dann haben wir das Gesetz. Mycroft Holmes. Inspector Lestrade. Queen Victoria. Die Queen persönlich. Birdie Edwards. Scotland Yard. Inspector Tobias Gregson. Inspector Stanley Hopkins. Inspector... Ach Gott, wie spricht man das denn aus? Esslene Jones. Barker. Tobi kommt vor. Eine Gefängniszelle, einmal Handschellen und Polizeieinsatz. Da geht's zu, sage ich euch. Die Erfinder. Und auch das gefällt mir. Das gefällt mir. Einmal natürlich hier Arthur Conan Doyle. Ja, kennt man. Und Sidney Paget. Also der Mensch, der die ganzen berühmten Zeichnungen angefertigt hat. Ich finde es toll, dass der hier auch vorgestellt wird. Allein das Booklet macht mir Spaß. Alleine... Tschüss. Alleine das Booklet macht mir Spaß. Aber das sind die Spielkarten. Hier schön verpackt und wir öffnen diese jetzt. Vermutlich schaffe ich das hier auch. Ohne das komplette Spiel zu zerstören. Allerdings. Fingernägel. Wären eine Geschichte. Oder man ist bewaffnet. In meinem Fall die Waffe. Spielt ihr noch Karten? Also ich wirklich selten. Aber ja. Kommt schon mal vor. Und ob man dann jetzt sich selber einfach Karten legen möchte. Oder das hier als Gesellschaftsspiel betreibt. Ach, ich bin begeistert. Er ist sogar der Joker. Er ist sogar der Joker geworden. Sehr schön. Arthur Conan Doyle. Der nächste Joker. Ein Polizeieinsatz. Einmal Handschellen. Gefängniszellen. Also all das, was wir jetzt gerade so gesehen haben, kommt hier vor. Ach. Ich freue mich auf das erste Spiel mit, ja. Queen Victoria. Ich bin noch nicht ganz hier fit mit dieser Überkopf und so weiter. Queen Victoria. Was soll die sonst sein? Außer die Queen. Spectre-Restaurant. Ich finde die Quale irgendwie süß gemacht, oder? Bisschen rutschige Geschichte noch. Aber ich freue mich auf das erste Spiel. Ich freue mich drauf. Kann man ja dann auch, wenn nur einer in der Familie Sherlock Holmes Fan ist, ja auch spielen. Die anderen können ja spielen. Ist doch ganz egal, ob das dann hier für jeden etwas ist, oder nicht. Aber das Spiel an sich funktioniert ja dann genauso. Egal, was auf diesen Karten hier drauf ist. Also, tolle Geschichte. 16,90 Euro findet man wahrscheinlich auch noch günstiger. Würde ich mal sagen, ich habe es heute im ersten Bezirk in Wien, naja, das war schon ein bisschen, darf man sagen, Hipsterladen, ja, war es. Und da so mitgenommen. Ich bin einfach dran vorbei. Es war günstigerweise draußen ausgestellt. Mit mehreren Sachen. Und wenn wo Sherlock Holmes draufsteht, kann ich unschwer dran vorbeigehen. Allein dieses wirklich liebevoll gestaltete Booklet. Ja, macht Spaß. Macht auf jeden Fall Spaß. Und jetzt noch ein paar Facts, wenn ihr das hier sucht. Sherlock Holmes Spielkarten erschienen da. Lawrence irgendwas. Ich habe doch keine Lesebrille, Kinder. Lawrence King Verlag Punkt De. Schaut auf die Seite. Schaut es euch an, wenn das hier was für euch ist. Oder vielleicht als Geschenk für einen wirklichen Sherlock Holmes Fan. Vielleicht dran denken. Ansonsten danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Cheers. Ciao.